Wie wir miteinander kommunizieren, wie wir lernen, wirtschaften, arbeiten, das alles durchdringt der digitale Wandel und zwar mit rasanter Geschwindigkeit und in allen Wirtschaftsräumen der Welt. Wir in Deutschland knüpfen besonders an das, was wir Industrie 4.0 nennen, die Erwartung, dass hier unsere hohe Industriekompetenz auch in die digitale Zeit fortentwickelt werden kann. Aber der Wettbewerb ist groß und der Wettbewerb ist global und es kommen eben auch inzwischen viele starke Wettbewerber aus China. Die deutsche Wirtschaft schätzt China nicht nur als wichtigen und wichtigsten Handelspartner außerhalb Europas, sondern eben auch als Partner bei der Entwicklung anspruchsvoller Technologien. Die Aufgabe der Politik besteht ja darin, staatliche Hindernisse für Handel, Investitionen und gemeinsame Innovationen so weit wie möglich zu beseitigen. Dazu gehört es immer wieder auch rechtliche Grundlagen zu schaffen, um Sorge zu tragen, dass Verlass ist, dass neue Ideen und neue Patente auch geschützt werden. Unternehmen und Investoren haben ein natürliches Interesse daran, dass sie wissen, in welchen Rahmenbedingungen sie arbeiten, Berechenbarkeit, Verlässlichkeit, Gleichbehandlung der verschiedenen Unternehmen in unseren Ländern. Deshalb würden wir uns auch freuen, wenn die Verhandlungen zum Investitionsschutzabkommen zwischen der Europäischen Union und China vorangebracht werden und Deutschland setzt sich auch für allen baldmöglichen Abschluss ein. Auch bei der Verfügbarkeit von WLAN im öffentlichen Raum wollen wir aufholen. Wir haben hier im Vergleich zu anderen Ländern im Augenblick noch einen Rückstand. Ein wichtiger Schritt für mehr WLAN-Spots in Deutschland geht die Bundesregierung jetzt mit einer Klarstellung von Haftungsregeln. Und damit wird es sehr viel leichter werden, im öffentlichen Raum einen kostenlosen Zugang zu WLAN anzubieten. Das gilt für die öffentlichen Anbieter. Wir haben den Entwurf eines entsprechenden Telemediengesetzes auf den Weg gebracht. Und ich glaube, dies wird ein wichtiger Schritt sein. Wir haben in Deutschland viele kluge Köpfe mit neuen Ideen, die ihr eigenes Unternehmen gründen. Berlin und andere Städte sind solche Zentren für Existenzgründer in der digitalen Wirtschaft geworden. Und für neue oder junge Unternehmen ist der Zugang zu Wagniskapital entscheidend. Wir haben die Zuschüsse an Business Angels von der Steuer freigestellt. Das heißt, der Zuschuss kommt bei Business Angels in voller Höhe an, kann entsprechende Wirkung entfalten. Und die Steuerfreistellung gilt auch rückwirkend für das Jahr 2013. Wir planen zudem, dass mit dem ERP-Sondervermögen und dem Europäischen Investitionsfonds eine gemeinsame Wachstumsfazilität von 500 Millionen Euro eingerichtet wird. Diese Mittel stehen neben Privatgeldern dann auch für großvolumige Wagniskapitalfinanzierungen zur Verfügung. Wir wollen außerdem die Börse als Finanzierungsquelle für junge Unternehmen attraktiver machen. Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat hierfür einen runden Tisch eingerichtet, um entsprechende Möglichkeiten auszuloten. Und wir sagen auch, mögen die Ideen von Start-ups noch so vielversprechend sein. Wirtschaftliche Erfolge sind dennoch nicht automatisch vorprogrammiert. Und daher ist ein wichtiges Thema auch der steuerliche Umgang mit Verlusten, der EU-rechtlichen Vorgaben unterliegt. Und wir werden hier versuchen, alles daran zu setzen. Die Minister Gabriel und Schäuble tun das, um mit der EU-Kommission eine gemeinsame Lösung zu finden. Inwieweit die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt werden, hängt natürlich auch vom Vertrauen in die Verlässlichkeit neuer digitaler Lösungen ab. Um dieses Vertrauen zu untermauern, hat die Bundesregierung den Entwurf für ein IT-Sicherheitsgesetz auf den Weg gebracht. Das soll dafür Sorge tragen, dass die kritische Infrastruktur, Energieversorgung, Verkehr, Gesundheitswesen auch wirklich verlässlich funktionieren. Von den vielen Möglichkeiten der Digitalisierung möchte ich nur eine herausgreifen, pass pototo, die vernetzte Mobilität. Deutschland als Autoland genießt natürlich hier einen hervorragenden Ruf. Und das soll es auch bleiben, wenn es jetzt um einen grundsätzlichen Wandel der gesamten Automobilindustrie geht und auch zu völlig neuen Anwendungen. Bis zur internationalen Automobilausstellung im September werden wir erste Eckpunkte vorlegen, mit denen wir das automatisierte Fahren in Deutschland stärken. Auf der A9, woanders als in Bayern, richtet das Verkehrsministerium derzeit das sogenannte digitale Testfeld Autobahn ein, um automatisiertes Fahren praktisch zu erproben.